Wer bist du? Was arbeiten sie hier? Was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Können wir auch mal was probieren? Wie sind sie Koch geworden? Ist das anstrengend? Hat es doch schon mal Heimweh? Was gibt es heute zu essen? Dürfen wir uns das Zimmer vom Heiroma anschauen? Vielen Dank.